Bastel diese praktische Stiftebox. Dafür brauchst du ein DIN A4 Blatt. Falte es in vier Abschnitte. Öffne das Papier und knicke die zwei Ecken. Drehe das Papier nach oben und falte es an den Seiten. Falte die Ecken nun in der Mitte. Knicke das Papier in der Mitte und klappe die anderen Ecken um. Knicke es an dieser Stelle. Stecke die Flügel ineinander. Wiederhole dies auch an der anderen Seite. Die praktische Stiftebox ist nun fertig. Stecke die Flügel- Stecke die Flügel- Vielen Dank.